Auf dieses Thema habt ihr garantiert schon gewartet, das wisst ihr bloß noch jetzt noch nicht. Denn mit diesem Thema hättet ihr ganz viele Aufgaben aus der 8. und 9. Klasse ganz schnell berechnen können, denn es geht hier um eine Abkürzung der quadratischen Ergänzung. Wir haben eine quadratische Funktion und wir wollen ja jetzt den Scheitelpunkt rausfinden. Normalerweise machen wir das eben mit einer quadratischen Ergänzung, dann wissen wir, was der minimale oder maximale Wert ist und für welchen x-Wert es ist. Und das ist ja auch genau das Gleiche, wenn wir einen Scheitelpunkt bestimmen wollen. Wir führen jetzt noch einmal eine quadratische Ergänzung durch und schauen dann, wie wir auf eine Formel kommen können. In der quadratischen Ergänzung haben wir erstmal die 0,5 ausklammert. Aufpassen müssen wir beim zweiten Term, wenn ich 2x 0,5 ausklammere, also wie es jetzt hier geschehen ist, ist das wie eine Division, also 2 geteilt durch 0,5 und da kommt 4 raus. Also bleibt hier 4x stehen, denn wenn man es wieder zurück multipliziert, dann ist es 0,5 mal 4x genau das 2x. Also Division heißt das Schlagwort beim Ausklammern. Hinten noch eine Minus 1. Das hier ist ja der gemischte Term von meiner binomischen Formel und auch diese Form muss ich es jetzt irgendwie kriegen. Also 2 mal a ist in dem Fall x und dann muss ich schauen, was mein b ist. Ja, 2 mal x mal wie viel gibt 4x? Das ist einfach mal 2, denn 2 mal 2 gibt die 4. Heißt, ich muss hinten plus 2² und minus 2² ergänzen, weil ja in der binomischen Formel hier ein b² fehlt. Und damit das dann wieder wegkommt, das heißt meine Gleichung trotzdem noch stimmt, muss ich das eben wieder abziehen. Das hier vorne ergibt die binomische Formel, nämlich x plus 2 in Klammern zum Quadrat. Das hier hinten ist minus 4. Aufpassen, dieses Mal ist tatsächlich ein Vorzeichen und nicht zur 2 gehörend. Also es ist keine Klammer gesetzt, das heißt das Minus muss da bleiben, nur die 2 wird quadriert. Als zu guter Letzt schmeiße ich jetzt noch diese minus 4 aus der Klammer raus, indem ich sie eben wieder mit 0,5 multipliziere. Die Minus schreibe ich gleich davor und dann kann ich den Scheitelpunkt ablesen. Hier innen drin haben wir gesagt, es ist immer das Gegenteil. Wisst ihr ja auch noch bei der Scheitelform, da war es entgegengesetzt verschoben. Also ist der x-Wert minus 2 und hier hinten kommt, wenn man es in den Taschenrechner eingibt, minus 3 raus. So können wir jetzt quasi mit quadratischer Ergänzung den Scheitelpunkt bestimmen, der ja nichts anderes ist als der, in dem Fall, minimale Wert. Denn wir haben eine nach oben geöffnete Normalparabel oder eine oben geöffnete Parabel. Das erkennt man hier an diesem 0,5. Das heißt, wir haben ein Minimum. Das wisst ihr ja auch bei der Parabel. Der kleinste Wert ist immer beim Scheitelpunkt. So, und jetzt wird es etwas kompliziert. Wir nehmen jetzt nicht mehr ein Beispiel her, sondern wir nehmen die ganz allgemeine Form der quadratischen Funktion. Wir machen jetzt einfach das Gleiche mit dieser allgemeinen Form, was wir hier links gemacht haben. Also als erstes nehmen wir den Faktor vor dem x² weg, klammern das a aus. Schaut ein bisschen kompliziert hier aus, ist aber ganz einfach. Hier bleibt natürlich das x² stehen. Bei dem habe ich schon gesagt, aus bx müssen wir bx geteilt durch den Faktor rechnen. Also hier war es 0,5, hier ist es a. Also teile ich bx durch a oder b durch a mal x. Kann ich auch so schreiben, ob ich das x jetzt oben im Zähler habe oder nicht, ist völlig egal. Schaut wirklich schön aus, aber tatsächlich habe ich nur einfach den Wert durch a geteilt, damit das Ausklammern funktioniert. Jetzt schaut es wirklich wild aus. Aber ich muss doch hier immer die Hälfte von b a als b² ergänzen. War doch hier auch so. Ich habe quasi durch 2 geteilt dieses 4, damit der 2er von dem gemischten Term wegfällt und der Rest, der Rest war quasi mein b. Mache ich hier genauso. Ich nehme die Hälfte von b a und das ist dann mein b-Wert. Hier war das ja auch so. Ich habe 4 genommen, habe davon die Hälfte genommen und habe 2² ergänzt. Also nämlich die Hälfte von b a, weil wir sie allgemein halten, quadriert ist. Und muss es natürlich wieder rückwärts nehmen, damit diese Gleichung oder diese Funktion dann auch wieder stimmt. Hinten das c bleibt erstmal bis zum Ende unberührt. Im nächsten Schritt fasse ich jetzt quasi diesen vorderen Teil hier zusammen zu der binomischen Formel. Das b ist quasi 1 halb mal b durch a. Und das kann ich auch zusammenfassen zu b durch 2a. Also oben die Zähler zusammengefasst und unten die Nenner zusammengefasst. Also ist das die binomische Formel. Hier fasse ich das genauso zusammen. b durch 2a und lasse es drin stehen. In dem Schritt haben wir jetzt quasi die 0,5 mit der minus 4 multipliziert. Also nehmen wir das a mit diesem hinteren Term mal. Und hauen es nach hinten raus. c bleibt immer noch unberührt. Und jetzt haben wir quasi das, die allgemeingültige Form für eine quadratische Ergänzung. Denn so wird meine quadratische Ergänzung immer laufen. Ich habe es ja allgemein gehalten. Ich habe keine Zahlen eingesetzt. Und aus dieser allgemeinen Form können wir tatsächlich jetzt unsere Scheitelkoordinaten rauslesen. Das heißt doch, wenn hier ein Plus stand, ist das hintere mit dem Minus versehen mein x-Wert. Also minus b durch 2a. Und der hintere Wert, der kürzt sich noch. Das a wandert nach oben. Dann kann man einmal das a kürzen. Dann bleibt stehen b² durch 4a mit einem Minus davor plus c. Das heißt, das ist eine wunderbare, geniale Formel, um den Scheitelpunkt zu bestimmen. Um euch das nochmal zu veranschaulichen. Wir nehmen einfach unsere a-Werte hierher. Also 0,5 ist mein a, b ist das 2 und c ist das minus 1. Weil das sind ja immer nur die Faktoren, die entweder vor dem x² vor dem x oder eben allein stehen. Also setze ich ein für mein, erstmal ein Minus. Dann kommt ein Bruch. Ich muss wieder nach oben, damit mein Minus auch dran ist. Hier. b, haben wir gesagt, ist 2. Dann 2 mal das a. Das a ist in dem Fall 0,5. Also ist das mein erster Bruch. Und wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, kommt minus 2 raus. Zur völligen Überraschung. Das ist nämlich genau der x-Wert von meinem Scheitelpunkt. Also erste Abkürzung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt mache ich in der nächsten Zeile das gleiche, nur mit der hinteren Formel. Wieder ein Minus. Dann nehme ich den Bruchstrich. In dem Fall müssen wir b², also 2 zum Quadrat nehmen. Unten müssen wir 4 mal a rechnen. 4 mal 0,5. Und hinten plus c. Also das muss ich aus dem Bruch rausgehen. Und in dem Fall natürlich nicht plus, sondern minus, weil mein c negativ ist. Minus 1. Also das sind jetzt quasi a, b und c hier hinten in die y-Koordinate eingefügt. Und zur völligen Überraschung kommt minus 3 raus. Und wenn ich das jetzt eben so einsetze, kann ich genau diese Scheitelkoordinaten bestimmen. Und das dürft ihr ab sofort immer machen. Das heißt, für dieses Video müsst ihr jetzt erstmal natürlich nachvollziehen, was das bedeutet. Aber ab sofort, wenn ihr diese quadratische Funktion habt, dürft ihr euer a, euer b und euer c hernehmen. Hier unten einsetzen. Und daraus dann die Scheitelkoordinaten bestimmen. Das heißt, das alles und die quadratische Ergänzung könnt ihr euch ab jetzt sparen. Das einzige, was ihr aufpassen müsst, ist dieses b² hier. Da wird das ganze b quadriert. Heißt, wenn da mal ein minus 2 dran steht, muss ich dieses minus 2 klammern. Es muss hier oben immer plus rauskommen. Und ich darf natürlich nicht vergessen, dass hier ein Minus steht und hier ein Minus steht. Tippt es einfach genauso, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, im Taschenrechner ein. Dann kann eigentlich nichts passieren. Das war's. Ich hoffe nachvollziehbar. Ich hoffe nachvollziehbar.